Ungewöhnliche Situationen schaffen neue Möglichkeiten und so haben wir uns für diesen Weg entschieden in den Kortum Bayern vorzustellen. Mein Name ist Barbara Prügl und ich darf seit 2011 die bayerische Niederlassung von Kortum Nord Schwarzwald leiten. Kortum Nord Schwarzwald gibt es seit 1975, ist ein Familienunternehmen und in dritter Generation wird das weitergeführt, in Baden-Württemberg bestens bekannt. In Bayern sind wir mit zwei Standorten gestartet. Unser Konzept kurze Wege, regional geprüfte Zuschlagstoffe, guter Service und kompetente Beratung hat sich bewährt, so dass wir Ihnen derzeit in acht Standorten für Sie, für den Garten- und Landschaftsbaubetrieb Gallerbau, Erden und Substrate anbieten können, genauso wie für Sie als Kommune. Dazu gehören Baumsubstrate, Rasenerden, Dachgartensubstrate und weitere Spezialerden. Uns ist es wichtig, dass wir für Sie gleichbleibende Qualität sichern, deswegen lassen wir unsere Substrate regelmäßig in externen Labors fremd überwachen. Und was uns noch sehr am Herzen liegt, ist Ihre reibungslose Baustellenabwicklung. Wenn jetzt halt bei Erna gewesen war, hätte ich Ihnen natürlich zwei Proben mitgebracht. Einmal das Corton Bayern 45, das ist das überbaubare Baumsubstrat gemäß den FLL-Richtlinien, was Sie mit der Rüttelplatte verdichten können und trotzdem noch genug Wasser und Luftkapazität für die Bäume enthält. Und ein Extensivsubstrat für die Dachgarten und Tiefgaragen Begrünung. Das dürfen Sie nach meinem Online-Besuch heute gern selber testen. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme, rufen Sie uns an und gemäß dem Motto Erde gut, alles gut, verabschiede ich mich für Gott.